Microsoft Azure ist eine offene, flexible Cloud-Computing-Plattform. Azure wird weltweit von über 95% aller Fortune 500-Unternehmen genutzt. Aber auch kleinere Organisationen unterschiedlichster Branchen erreichen damit Großes. Und um unsere Kunden noch intensiver zu unterstützen, brauchen wir mehr Cloud-Experten. Microsoft ist eine auf Partnern gebaute Firma. Und mit unseren Partnern gemeinsam machen wir unsere Kunden zukunftsfit. Was ich in den täglichen Gesprächen mit unseren Partnern immer und immer wieder höre, ist, es mangelt an Fachkräften. Und genau hier kommst du ins Spiel. Egal ob du IT-Fachkraft bist, IT-Quer-Einsteiger, ob du Erfahrung im On-Prem-Bereich hast, momentan studierst oder eine Ausbildung machst, wir wollen dich zum Azure-Experten weiterbilden in der Cloud Technology Academy. In der Cloud Technology Academy kannst du dich zum Azure-Consultant oder zum Azure-Architekt weiterbilden. Du lernst in 8 bis 16 Wochen methodische und technische Fähigkeiten und bekommst persönliches Mentoring. Und das Gute für dich ist, du wirst nicht einfach nur zertifiziert, sondern unterschreibst schon vor Beginn der Weiterbildung deinen Arbeitsvertrag. Sprich, du bekommst einen zukunftssicheren Job in einem unserer Partnerunternehmen und ein super Netzwerk in die Microsoft-technische Community. Also, lass dir diese Chance nicht entgehen. Bewirb dich jetzt und mach dich für den Arbeitsmarkt unentbehrlich. Ich freue mich auf unser Gespräch.